Wir sind sehr froh, dass Sie heute hier sind, weil wenn Sie heute hier sind, heißt das, dass Sie sich wirklich für das Thema interessieren und nicht nur zum Netzwerken gekommen sind. Dafür wollen wir Sie gleich mit einem kleinen Applaus hier vom Panel belohnen. Vielen Dank, dass Sie da sind. PayTV auf Wachstumskurs? Die Frage ist, bleibt das Fragezeichen oder nicht? Wenn man Herrn Winter gleich fragen werden, ist es natürlich sofort weg, aber so einfach wollen wir es ihm nicht machen. War PayTV vor Jahren immer ein quasi totes Element, ein Dead Man Walking, würde man in der Filmsprache sagen. Muss man sagen, ist nicht zuletzt der Erfolg von Sky in den letzten Jahren oder Monaten und auch die Wachstumszahlen, die PayTV in Deutschland allgemein hinter sich hat und auch weiterhin zeigt, eher ein Zeichen für vielleicht sogar irgendwann mal Last Man Standing, will sagen, ist ein FreeTV ohne PayTV zukünftig überhaupt noch möglich? Auch das eine Diskussion, die wir hier haben werden. Ich glaube, Sie werden nach der Vorstellungsrunde hier gleich sehen, dass wir es mit einem ausgesprochen kompetenten Team zu tun haben. Das ist eigentlich die wahre Elefantenrunde, die Sie hier sehen, denn hier wird über die Zukunft des Fernsehens gesprochen, die schon da ist, Fragezeichen, und wir sprechen also nicht über die alten Grabenkämpfe zwischen öffentlich-rechtlich und privat oder ob Google jetzt böse oder nicht so böse ist, sondern hier wird Zukunft gemacht, hier wird Zukunft besprochen mit einem sehr illustren und spannenden Panel und ich hoffe mit einem sehr aktiven und wenn möglich interaktiven Publikum. Heißt, wir sind klein genug in dieser Runde, es hat ja fast Workshop-Charakter, da sollten Sie eine Frage haben, Sie aufspringen können und diese auch stellen. Wenn es zu viele machen, werden wir es irgendwann einschränken, aber ich glaube, die Gefahr besteht letztendlich nicht. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, wird Frau Aigner-Drews ein Impulsreferat halten und Ihnen einige Trends zum Thema Pay-TV erklären. Ich werde kurz Frau Aigner-Drews vorstellen, zunächst mal, ich beneide Ihren Mann, wenn ich das so sagen darf, weil, aus verschiedenen Gründen natürlich, aber auch, weil Sie A bei Sport1 waren, B den Pflichtsender aller Männer mitgestartet haben, nämlich D-Max, also Sie wissen, wie mein Auto pimpt, sozusagen, und so viel Verständnis zu Hause habe ich nicht. Deswegen finde ich das gut, dass Sie das tun, das zeichnet Sie aber nicht alleine aus. Sie sind seit Mai 2011 Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, da sind die Sender D-Max, haben wir schon gesprochen drüber, Discovery Channel, Discovery HD und Animal Planet darunter. Parallel oder gleichzeitig sind Sie weiterhin VP Ad Sales, das für das deutsche Werbegeschäft bei Discovery verantwortlich, auch eine Frage, die wir gleich haben werden, im Anschluss dann, wie wichtig sind eigentlich Werbeerlöse. Sie sind studierte Kommunikationswissenschaftlerin hier von der LMU München und Sie arbeiten für, seit 2006, für das Unternehmen und waren, wie schon gesagt, an dem Launch von D-Max beteiligt. Sie waren Bereichsleiterin Marketing und Vertrieb bei Sport1 und Sie waren Geschäftsführerin der Mediaagentur Mediaplan. Das heißt, Sie kennen beide Welten, sowohl die Vermarktungswelt als auch die Inhalt- und Contentwelt und deswegen freuen wir uns jetzt erstmal auf Ihr kurzes Impulsreferat. Frau Eignert-Rief, bitte. Vielen Dank. Gleich mehr bitte vorweg, könnt ihr das mit dem Neid schriftlich haben, weil das würde ganz gerne bei uns in der Küche an die Pinnwand hängen. Bestätige ich gar nicht. Kann man vielleicht ab und zu als Druckmittelbraucher. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Englert. Sie haben jetzt hier heute wahrscheinlich die D-Forbes erwartet. D-Forbes ist unsere Westeuropa-Chefin von Discovery und war eigentlich geplant für heute hier ein Keynote zu halten. Leider ist sie sehr kurzfristig verhindert, sie lässt sich entschuldigen und ich vertrete sie heute hier, was mich natürlich sehr, sehr freut. Mein Name ist also Susanne Aigner-Drefs, ich bin Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, Österreich und Schweiz und wir haben in unserem Senderportfolio vier Sender D-Max, unseren Free-to-Air-Sender, unseren Männersender und die Pay-TV-Sender Discovery Channel und Animal Planet. Bevor wir jetzt auf dem Panel über den deutschen Pay-TV-Sender Markt diskutieren, würde ich Ihnen gern noch ein kurzes Impulsreferat über den europäischen und auch in Teilen über den deutschen Pay-TV-Markt geben. Die Trends, über die wir heute sprechen, gelten und das ist unsere Erfahrung auf dem internationalen Gebiet, sowohl für Deutschland, Österreich, Großbritannien, Niederlande, Spanien, Italien, egal für was, für den ganzen europäischen Markt. Das Panel heute heißt Pay-TV auf Wachstumskurs mit Fragezeichen und ohne, dass der Wolfram Winter überhaupt ein einziges Wort gesagt hat, will ich ihm hier schon zustimmen. Ich glaube, das Fragezeichen können wir getrost weglassen. Wir gehen davon aus, dass der Pay-TV-Markt in diesem Jahr in Deutschland um acht Prozent steigend wird. Schätzungen gehen sogar von zwölf Prozent aus. Also in jedem Fall ein Geschäft, das auf dem ansteigenden Ast ist. Auch die Löse im Pay-TV sind im vergangenen Jahr gewachsen. Im Jahrbuch der Medienanstalten steht ein Gewinn von plus 16 Prozent. Deutschland wächst also und trotz der einmaligen Marktsituation, in der wir uns befinden, ist das, verglichen mit anderen Ländern, das deutsche Pay-TV-Geschäft durchaus noch ausbaufähig. Das wissen wir alle. Wir haben hier eine Pay-TV-Verbreitung von 17 Prozent. In UK ist es beispielsweise 30 Prozent beziehungsweise 50 Prozent. In den Niederlanden hat praktisch jeder Haushalt ein Pay-TV-Abo. Das ist fast eine flächendeckende Verbreitung. So unterschiedlich die Zahlen aber auch sind, ich glaube, die Erfolgsfaktoren sind überall einigermaßen die gleichen. Faktor Nummer eins, der Treiber für Pay-TV momentan ist HD, vor allen Dingen HD. Zuschauer lieben die hochauflösenden Bilder, die lieben die Qualität und sie sind bereit, auch dafür Geld auszudrücken. Das haben die letzten Jahre einfach gezeigt. Wie sehr der Markt boomt, das kann man an der wachsenden Anzahl der HD-Sender sehen. In Deutschland haben wir beispielsweise 74 HD-Sender. In UK sind es ein paar weniger. In Deutschland sind von diesen 74 HD-Sender sind 42 Pay-TV-Sender. Allein diese Zahlen sprechen schon eine deutliche Sprache für sich. HD ist aber nicht der einzige Erfolgsfaktor für Pay-TV. Wir glauben, dass Faktor Nummer zwei ist, dass Zuschauer innovative Services schätzen. Sie wollen ihre Lieblingssendungen einschalten, wann auch immer sie wollen und vor allen Dingen wo auch immer sie wollen. Deshalb sind Video-on-Demand-Angebote ganz gewaltig auf dem Vormarsch. Aktuelle Studien von Ofcom, das sind die britischen Medienwächter, wie Sie wissen, haben ergeben, dass 27 Prozent der Briten mindestens einmal pro Woche TV-Inhalte über das Internet konsumieren, Tendenz steigend. Und im restlichen Europa sind die Zahlen ebenfalls wachsend. VOD ist vor allen Dingen für die jüngere Zielgruppe interessant. Deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn wir VOD anbieten, dass wir auch gleichzeitig unsere Zielgruppe automatisch ein Stück weit erweitern. Und Fernsehen kann man längst mittlerweile überall mit einem Angebot wie beispielsweise von SkyGo können Pay-TV-Nutzer auch einschalten, wenn sie unterwegs sind. Und diese flexible Verfügbarkeit der Inhalte ist eindeutig ein Erfolgsfaktor und erhöht die Attraktivität von Pay-TV. Faktor Nummer drei, wir bei Discovery glauben, dass starke Sendermarken dem Zuschauer helfen, seine Inhalte zu finden. Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Accenture hat ergeben, dass in Großbritannien, Deutschland und Italien den Sendermarken sehr, sehr vertraut wird. Also auch wenn man VOD-Inhalte sucht, dann wählt man bevorzugt Sendermarken aus, die man schon kennt. Man wählt also auch im VOD die vertrauten Marken aus und hat eine gewisse Markentreue. Vierter Faktor, Pay-TV schafft Gemeinschaftserlebnisse. Das ist etwas, was Pay-TV und Free-TV mit Sicherheit gemeinsam hat, aber es gilt eben auch für Pay-TV. Wir sind der Überzeugung, dass TV nach wie vor die Zuschauer zusammenbringt und ein gemeinschaftliches Erlebnis verschafft. Ich denke, da können mir auch die anderen Panel-Teilnehmer zustimmen. Die Zuschauer haben eine emotionale Bindung zu ihrem Programm und das gilt für unsere großen Discovery-Dokumentationen, ebenso wie für Hollywood-Filme oder US-Series oder selbstverständlich für Sport, für Fußball, Bundesliga, was auch immer. Und gerne würde ich direkt im Anschluss daran den fünften Punkt nennen, nämlich Social-TV als Erfolgsfaktor. Social Media treibt die Fernsehnutzung voran und ich glaube, es ist kaum ein Thema so heiß diskutiert worden auf diesen Medientagen wie das Thema Social-TV. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit unserem Publikum in Kontakt zu treten und ich darf zitieren aus einer Studie von Gold Media. Da heißt, die parallele Nutzung sozialer Netzwerke beim Fernsehen ist längst Realität geworden. Laut deren Social-TV-Monitor gibt es im September 2012 knapp 19 Millionen Likes für deutsche Fernsehsendungen. Richtig fette Zahl. Die Leute wollen sich ganz gern mit dem Programm identifizieren und die wollen in Kontakt treten. Wäre ich jetzt auf einem Free-TV-Panel, dann würde ich jetzt auch noch erwähnen, dass wir mit unserem Sender D-Max ungefähr 850.000 Likes haben, aber das lasse ich jetzt mal beiseite, weil es geht ja um Pay-TV, aber das ist genau hier die Krux. Für das deutsche Pay-TV spielt Social Media noch nicht die ganz große Rolle. Das ist eher noch untergeordnet und da ist definitiv noch Luft nach oben für uns alle. Und Faktor Nummer 6. In den letzten Jahren eigentlich seit, ich weiß nicht, wie lange ich schon in dem TV-Geschäft bin, aber über Ewigkeiten hinweg wurde das Thema Rückgang der Fernsehnutzung oft und gern und immer wieder breitgetreten. Fakt ist, es ist nicht eingetreten. Fernsehen ist und bleibt in ganz Europa ein extrem starkes Medium. Genau das Gegenteil ist der Fall. In Europa ist die Fernsehnutzung insgesamt im Schnitt in den letzten 10 Jahren um 12% gewachsen. Tod schaut definitiv anders aus. Lassen Sie mich zum Schluss noch generell ein Plädoyer für Pay-TV aussprechen. Wir sind bestens aufgestellt und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich einerseits Discovery Networks, andererseits spreche ich aber für die gesamte Branche, wenn ich sage, wir sind einzigartig in der Fernsehlandschaft. Bei uns bekommt der Zuschauer hochwertigen Content, großartige Bilder, aufwendig produziertes Programm, exklusive Sendungen, auch ganz wichtig. Wir bieten Inhalte, die man sowohl von zu Hause als auch von unterwegs aus konsumieren kann. Wir investieren in neue Technologien, wie zum Beispiel in HD. Wir bringen den Bildschirm mit dem Zuschauer zusammen und ich bin mir sicher, wenn wir uns nächstes Jahr auf diesen Medientagen wieder treffen, dann wird das Fragezeichen überhaupt kein Thema mehr sein. Vielen Dank, Frau Aigner-Drebs. Sie haben eigentlich fast die Diskussion schon vorweggenommen und ich hoffe, dass wir nicht nur sagen, stimmt, 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 was Sie gesagt haben, sodass wir noch ein bisschen diskutieren werden. Das ist die wahre Elefantenrunde, das hatte ich Ihnen schon gesagt. Im Unterschied zur wahren Elefantenrunde sitzen hier nicht nur Elefanten, sondern wir sind fast paritätisch besetzt, wenn Sie mich mal wegnehmen. Die Quote ist hier erfüllt. Nicht zuletzt, weil auch Katharina Behrens hier außen sitzt. Katharina Behrens ist quasi die Barbarella des deutschen Pay-TV. Sie verantwortet nämlich unter anderem den Sci-Fi Channel. Aber nicht nur das, sie ist seit Januar 2008 Geschäftsführerin der Universal Networks International Germany. Ein sehr langer Name, aber man kann wahrscheinlich Universal Pay-TV sagen, verkürzt. Und in dieser Funktion verantwortet sie die gesamten Unternehmensaktivitäten der NBC Universal Sender. Das ist Sci-Fi und Sci-Fi HD. Das ist 13th Street Universal und 13th Street Universal HD und E-Entertainment in Deutschland. Das Gute an HD ist, wie Sie sehen, man hat seine Verantwortung plötzlich verdoppelt, weil man nämlich einfach nochmal einen zweiten Sender macht, der heißt HD-Sender, was aber eine gewisse Breite liefert. Aber wir werden gleich darüber sprechen, wie wichtig das eigentlich ist. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du bist außerdem auf dem Board des History Channel Germany GmbH. Das ist ein Joint Venture mit AETN. Und dort sind die Sender History, Bio und History HD vereint. Sie ist darüber hinaus im VPRT und zugelassene Rechtsanwältin, was mich nach wie vor sehr beeindruckt. Davor warst du Head of Business Affairs bei MTV Networks in Deutschland, hast alle sechs MTV Pay-Sender in den deutschsprachigen Raum eingeführt. Und noch davor warst du unter anderem Justiziarin bei der Premiere Medien GmbH. Das heißt, du hast eigentlich die ganze Palette und deswegen sind wir sehr froh, dass du hier heute auf dem Panel bist. Auf der anderen Seite sitzt Peter Christmann, ehemaliger Vorstand Sales und Marketing bei ProSiebenSat.1, nämlich vom Jahr 2004 bis zum Jahre 2008. Das sozusagen vom großen Fressen bei ProSiebenSat.1, wobei auch das nicht mehr so groß ist, wenn man mal ehrlich ist, zum kleinen Pausensnack, nämlich SnackTV. Aber das hat dir nicht geschadet, wie man sieht. Und für diejenigen, die nicht wissen, was SnackTV ist, die müssen jetzt noch ein bisschen warten. Das werden wir nämlich erst später auflösen. Peter Christmann ist Alleingesellschafter der Peter Christmann GmbH, das ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft in München. Und gemeinsam mit der Greskes Gruppe, das sind die Investoren, hält Peter Anteile an der Media Group One und darunter verbirgt sich eben Vertical Networks, aber insbesondere SnackTV, worüber wir gleich noch sprechen werden. Zu meiner Linken Manuel Cubero. Manuel ist einer der wenigen Spanier, der in einer Organisation arbeitet, die einen ausgeglichenen Haushalt zeigt, nämlich sogar einen sehr ausgeglichenen Haushalt, nämlich die KDG. Er ist seit März 2010 Vorstandsmitglied der Kabel Deutschland Holding AG und als Chief Operating Officer neben dem Vertrieb und Kundenservice auch für das Thema IT, dafür beneide ich dich ehrlich gesagt nicht, den technischen Betrieb der Kabelnetze und den Bereich Content verantwortlich, da werden wir gleich auch darauf eingehen. Du hast bei KDG eine sehr lange Karriere, sehr viele Stationen, die jetzt den Rahmen hier sprengen würden, aber du bist seit 2003 dort und hast immer Führungspositionen inne gehabt, aber du bist auch Unternehmer gewesen, was dich sehr auszeichnet, du kennst beide Welten, du hast ein Wettunternehmen damals in Österreich, ich glaube in Deutschland konnte man das damals nicht, kam man heute auch nicht, gegründet und erfolgreich gemacht und warst auch in verschiedenen leitenden Positionen der Kirchgruppe. Was wichtig ist, von 2006 bis 2009 warst du der Präsident von Cable Europe und bist heute hier auch noch als Vizepräsident bei der Vereinigung sehr aktiv. Last but not least Professor Wolfram Winter, der einzige Professor und Honorarkonsul, nämlich für Namibia, wenn ich es richtig im Kopf habe, der eine Nebenbeschäftigung im deutschen Pay-TV hat. Er ist seit 2010 der Executive Vice President Communications bei Sky und ich glaube es gab schon schlimmere Zeiten, um Kommunikation zu machen bei Premiere oder Sky, das hast du gut erwischt. In dieser Funktion und das war selbst für mich neu, wobei mir jetzt einiges klar wird, ist der studierte Politologe, das wusste ich tatsächlich nicht, und ausgebildeter Journalist, Unternehmenssprecher und für die Positionierung des Unternehmens in den Medien verantwortlich. Du bist bereits seit August 2009 Mitglied des Managements bei Sky und hattest dort die Position Senior Vice President Distribution Development übernommen. Aber du bist auch ein Mann der ersten Pay-TV-Stunde. Du hast von 1996 bis 1998 als Programmchef von DF1 oder Vor-Vorfolge-Organisation sozusagen bereits gewirkt und agiert und das offensichtlich so gut gemacht, dass du heute wieder zurückgekommen bist. Vor deinem Wechsel warst du gut zwei Jahre Geschäftsführer der Gesellschafter der Premiere Star GmbH, also ein Pay-TV im Satellitenbereich, und warst noch davor bei NBC Universal Global Networks Deutschland als Deutschlandchef und seit 2011 bist du Honorarprofessor an der MHMK hier in München an der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation. Nach dieser langen Vorstellungsrunde kommen wir jetzt endlich zum Thema. Wir wollen die Diskussion ein bisschen strukturieren. Sie müssen nicht unbedingt so strukturiert ablaufen, aber versuchen das einfach mal. Ich freue mich immer über Querschüsse zur Struktur, weil sie führen vielleicht zu gewisser Lebhaftigkeit. Der erste Block, über den ich gerne sprechen würde und der erste Erfolgsblock, weil ich denke, ist einer der wichtigen Blöcke für Pay-TV, ist tatsächlich Content. Hätte man vor vielleicht fünf Jahren noch gesagt, naja, Deutschland braucht eigentlich kein Pay-TV, weil der Content, den die öffentlich-rechtlichen und privaten Free-to-Air-Fernseher anbieten, der ist so gut, dass es letztendlich für jemanden wie Premiere oder jeder andere Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Ich glaube, wir sehen heute, dass das nicht mehr stimmt. Katharina, eine Frage an dich. Du hast kürzlich in einem Interview, ich glaube es war in der Taz, gesagt, dass Kabel- und Satellitenbetreiber schon langsam beginnen auszusortieren und zu sagen, die Schlechten gehen jetzt mal raus, die guten bleiben. Und du hast gesagt, ein gutes, ein guter Sender, ein wichtiges Kriterium für einen erfolgreichen Sender sind A, gute amerikanischen Produkte, aber B, auch sehr wichtig, lokale Eigenproduktionen. Jetzt hat auch Gerhard Zeiler in seiner Keynote gesagt, Content is local, also lokale Themen sind sehr, sehr wichtig. Welche Rolle spielen bei euch das Thema lokale Produktion oder welche Rolle siehst du für Local Production im Pay-TV und für den Erfolg von Pay-TV? Also zunächst mal glaube ich, das ist ganz wichtig zu sagen, ich habe ja sozusagen Studio-Hintergrund mit Universal, aber nichtsdestotrotz machen wir alle fünf Sender, die wir erfolgreich betreiben, für den lokalen Markt. Also auch die Serien, die wir einkaufen von Universal, aber auch von anderen Studios sind ja extra für den deutschen Markt eingekauft, also insofern auch lokal. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor immer für Pay-TV-Sender, dass er sich überlegt, was will denn der deutsche Zuschauer sehen? Ich sage ein Beispiel für Sci-Fi. Nicht umsonst trage ich heute Senderfarbe, es ist lila. Steht ja sehr gut übrigens. Und wenn ich die Lela Bändchen heute auch Sci-Fi-Farbe, zum Beispiel typisch deutsch, dass der deutsche Sci-Fi-Zuschauer guckt wahnsinnig gerne Star Trek, Stargate Universe. Das ist in Frankreich und England ganz anders. Und deswegen ist es wichtig, dass für unser Programm-Team guckt, was will denn, was will jemand, was möchte ein Deutscher sehen in diesem Bereich Fantasy Mystery? Und das ist, glaube ich, schon mal ein Erfolgskriterium. Das heißt, die hochwertigen amerikanischen Inhalte für den deutschen Markt. Und das zweite, was ich eben gesagt habe, die lokale Eigenproduktion. Das ist, glaube ich, wichtig, um sich nochmal zu differenzieren. Wir machen jedes Jahr immer mindestens eine Eigenproduktion pro Sender. Und das ist eigentlich, das Kriterium ist, etwas zu machen, was es vorher nicht gab. Also etwas ganz Innovatives im Programmbereich. Und ich glaube, wir sind da mutiger als im Free-TV. Wir können natürlich auch mutiger sein. Wir machen immer sehr spezielle Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel für Sci-Fi eine Graphic-Novel-Produktion gemacht, moderiert von Uwe Ochsenknecht. Das in Schwarz-Weiß, das ist wirklich was ganz Besonderes, eine Perle im Programm. Und ich glaube, das wollen die Zuschauer sehen. Und man muss auch sagen, es spielt uns natürlich auch in die Hände, das ist kein Geheimnis, dass grundsätzlich die Free-TV-Landschaft natürlich schon inhaltlich verflacht und qualitätsmäßig jetzt nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast ist. Das ist natürlich auch einer der Erfolgsfaktoren für Pay-TV, ganz klar. Aber kann man sagen, dass für die durchaus verflachende Landschaft, das würde ich auch so unterstreichen, darunter leidet die Produktionsindustrie natürlich sehr, weil es verflacht ja nicht nur inhaltlich, ich zerflachte ja auch vom Preis, es wird ja alles immer günstiger. Seid ihr so die neue Hoffnung der heilige Gral der Produzenten, etwas überspitzt gesagt, Quote spielt keine Rolle, bei euch kann ich Schwarz-Weiß produzieren und jemand guckt, ist eh egal. Oder ist das noch zu früh, dass ihr großflächig das Produktionsgeschäft hier in Deutschland nach Vordermann bringen werdet? Also ich glaube ganz ehrlich, das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Man muss ja sagen, also wir sind jetzt bald bei sechs Millionen Abonnenten mit Universal. Wir sind die meistverbreitetsten und auch erfolgreichsten Sendergruppe, da bin ich ganz stolz drauf. Aber letztlich dauert es noch ein, zwei Jahre, um richtig großflächig lokale Fictionproduktionen zu machen. Es gibt ja erste Ansätze und wir machen das auch schon. Für die ganz großen fiktionalen Programme schaue ich dann auf Sky. Die planen ja tolle Produktionen, aber ich glaube es ist noch sehr früh. Aber da geht die Reise hin und zwar für alle von uns. Das ist ein gutes Stichwort. Warfram, du bist jetzt sozusagen dran. Wenn ich den Kollegen Heilmann ergänze, zu dem was Katharina gerade gesagt hat, der mit Add a Friend gerade eine eigenproduzierte Serie gebracht hat und gesagt hat, das wird nicht die letzte sein, die wir produziert haben, drehe ich mich natürlich gemeinsam mit Katharina zu dir und sage, wo seid denn ihr eigentlich? Ihr sagt ja immer, Eigenproduktion wichtig. Gesehen habe ich jetzt noch nichts. Naja, du schaust wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, ich schaue schon ein bisschen, aber... Bist du Sky Abonnent? Äh, ne, nicht mehr. Okay. Das liegt daran, dass ich mir das Friends and Family gekündigt habe. Echt? Weil du von der Partei der Mutuals dann kamst oder warst kein Friend mehr. Weiß ich nicht, aber du wolltest mir schon lange mal die Box wieder reinstellen. Achso. Aber was macht Eigenproduktion bei euch? Ist das... Naja, also wir haben glaube ich jetzt im Jahr 2012 fast 5000 Stunden selbst produziert. Sky Deutschland? Ja. Darunter, um das fairerweise aufzuklären, gehört natürlich ein Sender wie Sky Sport News HD, der alles selber produziert. Dafür sind ein paar hundert Menschen eingestellt worden. Und das ist noch nicht der heilige Graal für die Produzenten, um es klar zu sagen. Es ist genauso wie Katharina gesagt hat, dass wir anfangen, ob es ein Jahr dauert, ob es zwei Jahre dauert. Man kann quasi an den Quartalszahlen von Sky ablesen und übrigens dahinter steht ja auch ein Umsatz, inwieweit wir in der Lage sind, das Geld vernünftig auszugeben, das man ausgeben muss, um am Ende des Tages vernünftige Produktionen zu haben. Denn auch ein Harald Schmidt, der eine Eigenproduktion ist, den kriegt man jetzt nicht umsonst. Und von daher hast du jetzt eigentlich so diese Situation, wenn du anfängst, in die Entwicklung zu gehen von Produktionen, dass wir so an dem Punkt sind, dass man anfangen kann, diese Diskussionen und diese Gespräche zu führen. Das tun wir ja auch. Wir haben dieses Jahr auch mit Sky Atlantic HD einen Sender gestartet, den das Free TV nie mehr gestartet hätte, den auch die Öffentlich-Rechtlichen glaube ich nie gestartet hätten und der gleichzeitig den Produktionswert hat und den Produktionsqualitätslevel erfüllt, der global gesehen einzigartig ist und der entsprechend auch zu dem Erfolg von Sky beiträgt, wie wenige andere Einzelmodule das so können. Und jetzt muss man eben genau feststellen, inwieweit ist Sky und inwieweit ist auch übrigens die Produzentenlandschaft soweit, das zu produzieren, was wir letztendlich unserem Zuschauer geben. Wenn Katharina sagt, sie machen mit Herrn Ochsenknecht was Schwarz-Weißes und wenn der Hannes er der Friend macht mit Ken Duken, dann sind das Arten von Produktionen, die noch nicht so viele können, wo auch, ich will sagen, am Anfang vielleicht ein bisschen die Fantasie fehlte, weil viele Produzenten natürlich durch diese arme Free-TV-Weltschaft so geprägt worden sind, dass sie anfangen, die erste Frage zu stellen, für welchen Sendeplatz ist das? Und dann kriegen sie von uns schon die Antwort, es gibt keinen Sendeplatz. Du kannst dir deine 20, 30 Sendeplätze aussuchen, wenn du wieder auf Sky oder Sky-Go-Sky-Anytime bist, dann hast du nicht mehr einen Sendeplatz. Das nächste ist okay, welche Zielgruppe ist es? Dann sprichst du, okay gut, hör doch mal auf mit der werbetreibenden Industrie Relevanz anzufangen, sondern fang mal an mit deiner Idee. Und das ist etwas, was ja möglicherweise so klingt, als ob wir den Heiligen Graal da schon hätten, aber es bedeutet dennoch, dass die gesamte Produzentenlandschaft sich hier erst langsam anfangen kann, dann möglicherweise darauf einzuschießen, was bedeutet das eigentlich für eine Möglichkeit? Denn, dass wir noch ein TVM machen oder einfach noch eine Serie machen, das ist es nicht, was uns weiterhilft. Also man sucht so ein bisschen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf Harald Schmidt zurückkommen. Nicht nur kommt er wahrscheinlich nicht umsonst, sondern wenn ich den Quotient aus, er kommt nicht umsonst und Marktanteil, Entschuldigung, ein Free-TV-Konzept rechnen würde, wird er noch teurer, glaube ich. Das hast du kommentiert mit dem Satz. Die Quotenerhebung stammt aus dem 20. Jahrhundert. Sky steht für das 21. Jahrhundert. Kann ich das weiterführen und sagen, die Quote spielt keine Rolle? Hauptsache, er ist da. Ich will sagen, es sind so Themen wie auch Schwarz-Weiß-Produktion, Ochsenknecht, Harald Schmidt eher Leuchttürme, die der Marke guttun, aber wo es jetzt nicht darum geht, dass die Akzeptanz bei den Zusehern besonders groß ist oder wie muss ich da eine Quotentheorie des 21. Jahrhunderts interpretieren? Also das ist keine Theorie, das ist ja eine Praxis, die wir nicht alleine leben. Also wenn du mit Kollegen von HBO sprichst, dann wirst du sehen, dass die das schon seit 20 Jahren erzählen. Die Quote, das sagen wir bewusst deswegen auch, weil sie in ihrer Messart, Susanne hat das sehr schön gesagt, die Quote erfasst heutzutage, weiß Gott nicht das, was die Zuschauer bei uns und übrigens auch anderswo konsumieren. Wir alle wissen das, dass zum Beispiel eine Online-Nutzung halt nicht in der GfK-Quote enthalten ist. Von daher wissen wir, dass jede GfK-Quote, die heute veröffentlicht wird, immer weniger ist als das, was tatsächlich geguckt wird. Ein Harald Schmidt ist kein Leuchtturm, sondern er sollte irgendwann mal durch so viele Leuchttürme angereiht sein, dass jede sogenannte lokale Eigenproduktion gewissermaßen das so genau auf dem Level auch ergänzt und addiert. Und immer wieder, wenn wir versuchen klarzumachen, warum ist eine GfK-Quote so relevant, wie sie ist und warum ist sie für uns eben nur bis zu einem gewissen Punkt hin, dann setze ich jetzt wieder die Leier auf. Bei uns ist Kundenzufriedenheit ein Faktor, bei uns ist Umsatz pro Kunden ein Faktor, übrigens bei uns ist Kundenzufriedenheit ein Faktor. Also würden bei uns die Kunden kündigen, wenn Harald Schmidt kommt oder weil er da ist, dann würde das für uns, das wäre was Relevantes. Aber die Frage ist, würden sie kündigen, wenn er geht? Würden sie kündigen, wenn er geht? Da bin ich mir sicher, dass welche kündigen würden, wenn er geht, weil sich so viele gefreut haben und wenn man sich dann anguckt. Ja, 3.000. Nein, das ist ja, pass auf, jetzt geht es ja wieder der Propaganda der FGFK auf den Leim, aber es ist ja in Ordnung. Ich kann ja meine Propaganda gegensetzen und sagen, vorgestern waren es laut DWDL angeblich 100.000. Aber nochmal, ich will ja gar nicht in die Diskussion gehen, weil wir haben das vorher schon gesagt, wir sagen es jetzt und wir werden es auch morgen früh sagen. Aber wir merken halt, dass diese Free-TV-Landschaft in Deutschland derart verseucht ist mit dieser Marktanteilsphilosophie, dass ja schon fast keiner mehr normal rumlaufen kann, ohne dass er nicht am nächsten Morgen eine GFK-Quote auf der Brille hat. Mal ein bisschen am Geschäftsmodell von Free-TV liegen. Richtig, wobei die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht nicht mal so ein Geschäftsmodell hatten oder auch meiner Ansicht nach manchmal haben müssten. Also die treiben sich schon fast selbst dahin. Das könnten wir auf den Öffentlich-Rechtlichen bashen, aber das machen wir jetzt nicht. Nein, nein, ich sage ja, es hilft uns ja, es ist ja schön, aber es zeigt sich unabhängig davon, wie die Free-TV-Landschaft in Deutschland ist, dass wir keine Ausnahme darstellen im deutschen Markt, sondern eine HBO-Produktion, wie wir alle wissen, ist HBO ein Unternehmen, das sich als sogenannten Pay-TV-Gebühren in einer gewissen Relevanz finanziert. Und wir stellen fest, dass diese Produktion, von denen wir heute global so schwärmen, ob Game of Thrones oder ob jetzt Weep, das kommt immer aus einem Universum, das eben nichts mehr mit den Free-TV-Networks zu tun hat, weil offensichtlich dort nach der Kreativität, nach der Idee Ausschau gehalten wird. Und wenn die eine Relevanz hat und wenn die etwas Einzigartiges hat, dann verkauft sich das auch, beziehungsweise dann ist das auch etwas Erfolgreiches. Und wenn mir jemand mal vor fünf Jahren gesagt hätte, dass Hollywood heute mit Begeisterung nach New York rennt, um lieber mit HBO zu produzieren, als denn in der klassischen Produktion eines Studios, dann hätte ich es wahrscheinlich erstmal nicht geglaubt, aber ich sehe halt, dass es heute so ist. Und das wiederum gutieren die Abonnenten, das gutieren die Zuschauer. Und wenn ich noch so ein kleines Unternehmen wie Netflix an den Tag bringe, dort ist ja für die Produzenten der heilige Gral offensichtlich schon gefunden worden, weil Netflix eben anders als ein Free-TV-Network nicht mehr zwei Folgen in Auftrag gibt oder einen Piloten und dann gucken wir mal, sondern die geben gleich 30 in Auftrag und sagen, die sollen sich mal entwickeln. Und das ist ja hier ewig bedauert worden, dass es teilweise tolle qualitative Ansätze meinetwegen im Free-TV noch gab. Die sind dann nach der zweiten Folge eingestellt worden, weil die Quote nicht gestimmt hat. Naja, da gebe ich dir recht. Ich glaube das Thema VOD, da kommen wir nachher nochmal drauf, das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber der Aspekt HBO, also ich sage mal, wenn ich ein bisschen zusammenfasse, was ihr gesagt habt, Quote ist nicht das Allheilmittel, es ist eine gewisse Differenzierung, es ist ein gewissen Mut, es ist eine gewisse Kreativität, es ist ein bisschen Zeichen setzen, wo man einfach sagt, ich habe wirklich anderes Fernsehen, ich bin das Moderne, ich bin das neue Fernsehen. Am Ende ist natürlich trotzdem durchgerechnet irgendwie Quote, in eurem Fall Subscriber und es muss dem Subscriber gefallen. Wenn ich nur 5.000 Subscriber kriege auf ein Produkt, was nicht gut genug ist, wird es nicht funktionieren, aber ich verstehe deinen Punkt. Wahrscheinlich ist es die Mischung aus dem, was wir gerade gesagt haben, lokale Produktion und vielleicht etwas breitere amerikanische Sendungen, die einen gewissen Appeal haben. Auf Sport werden wir gleich nochmal eingehen, weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass Sky natürlich in erster Linie ein Sportsender ist, aber da kannst du nachher noch gleich darauf antworten. Jetzt gebe ich dir mal eine kurze Pause. Ja, danke. Ich wollte widersprechen. Widersprich, ja, dem Sporttheorie oder hier dem Wolfram. Ich mache das natürlich sehr ungern bei Wolfram. Ich wollte gerade sagen. Ich hatte dich aber gebeten drum. Zum Thema Quote nochmal. Ich glaube ja, man kann beides, sowohl hochqualitative Sender machen und Sendungen als auch eine tolle Quote erzielen. Also wir haben jetzt mit 13th Street, wir sind seit Mai Quoten gemessen. Wir haben eine Quote von 0,4 Prozent und mit Cypher 0,3 Prozent, also einen kombinierten Marktanteil 1449 mit 0,7. Und wie gesagt, man hat ja nicht die gleiche Verbreitungsmöglichkeit. Das heißt, wir haben einen Marktanteil, der höher ist als manche kleine Free-TV-Sender. Und das zeigt eigentlich, dass wir doch ziemlich viel richtig machen. Und wir haben ja nicht die gleiche technische Verbreitungsmöglichkeit. Und für mich ist das insofern wichtig, weil das zeigt natürlich A, wie wird der Sender akzeptiert bei den Abonnenten und B, vielleicht greift das ein bisschen vor, aber auch ein Potenzial für spätere Erlösquellen, also Werbeerlöse. Und das ist für mich dann eine Reise. Absolut. Das ist jetzt aber kein Widerspruch. Ich schiele schon auf die Quote. Das ist ja gut und du willst ja dein Werbegeld machen und das ist ja auch in Ordnung. Wir haben das ja auch deswegen aus dem Grund eingeführt, weil wir gesagt haben, dass wir in dem Werbemarkt unterpenetriert sind oder gewissermaßen unterrepresentiert sind und nicht das bekommen, was wir eigentlich wert haben, wert sind. Aber um auf das Harald-Schmidt-Beispiel nochmal zu kommen. Das wurmt dich ein bisschen. Naja, weil ich meine, ich bin ja Propagandaminister und dann muss ich halt zusehen, wie ich die Propaganda wieder wegkriege. Aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass Harald Schmitt heute bei uns schon eine höhere Zuschauerrelevanz hat, als er es bei Sat.1 zum Schluss hatte. Wir reden in der Tat davon, wir haben etwas mehr als 3,1 Millionen Abonnentenhaushalte. Und auf der technischen Basis her gesehen ist das, was Harald Schmitt bei uns erzielt an Reichweite höher als das, was er bei Sat.1 erzielt hat. Aber nochmal, das ist nicht das, was bei uns im Vordergrund steht. Das heißt auch nicht, dass wir gewissermaßen die Werberelevanz von Formaten nicht für das Geld verkaufen wollen. Und das ist ja das auch, was meinetwegen 13th Street macht, dass wir das nicht entsprechend auch honoriert bekommen wollen. Also eine Leistung sagen willst. Aber es geht dennoch an erster Stelle eben darum, diese Unterscheidungsmerkmale zu haben. Und hat man ausschließlich eine Werberelevanz im Kopf, was man macht im Pay, dann macht man was falsch. Und das ist das, was eben immer in dem diametralen Widerspruch zu dem generellen Verständnis, woran misst man Erfolg oder Misserfolg im Fernsehen. Und wenn man nun mal 20, 30 Jahre lang Free-TV quotentechnisch im Kopf drin hat, dann scheint fast schon so eine Ausschließigkeitskriterium eingetreten zu sein nach der Mutter. Wenn die Quote nicht toll ist und dann nochmal, was ist eigentlich eine tolle Quote, dann ist das kein Qualitätsprodukt. Wir sind täglich das Gegenbeispiel davon. Gut, ich werde versuchen, mich neu zu programmieren im Kopf sozusagen. Du musst erst mal Sky abonnieren, aber das kriegen wir noch hin. Ich sage ja Friends and Family. Ja, okay. Lassen Sie uns nochmal einen weiteren Aspekt beimischen, nämlich den Aspekt HD. Frau Aigner-Drebs, Sie haben ja HD auch recht prominent als einer der wichtigsten Trends erwähnt. Wenn Sie jetzt mal für Ihr Haus sprechen, aber gerne auch für andere Häuser, offensichtlich ein hoher Stellenwert bei Ihnen in HD. Auch das Thema HD-Produktion hat wohl einen sehr hohen Stellenwert. HD-Produktion für mich als ehemaliger Free-TV-Mann, wie Wolfram ja immer sagt, verbinde ich erstmal mit teuer. Hohe Qualität, Produktionsprozesse viel teurer. Wie gehen Sie mit dem Thema HD-Produktion um? Welche Rolle hat es bei Ihnen? Und ist das ein Thema, was ich – jetzt kommt wieder ein ganz schlimmer Begriff, Wolfram, das ist ein Thema, was Ihr so noch nicht kennt – was ich refinanzieren kann? Wie gehen Sie damit um? Aufpassen, jetzt gibt es eine Lehrstunde. Ich würde diese Frage gerne eine Sekunde parken und einmal ganz kurz auf das Thema Local Content zurückkommen. Nur einen Satz dazu. Weil ich glaube, man muss schon unterscheiden, was auch die Erwartungshaltung von einem Zuschauer an eine bestimmte Marke ist. Und wenn ich Discovery im Kopf habe, oder was unsere Zuschauer im Kopf haben, dann wollen die hochwertige, teuer produzierte Sendungen sehen, in toller Bildqualität, Never Seen Before und die Beauty-Shots aus dem All und der gähnende Löwe in der Wüste und schöne Haibilder und so weiter und so fort. Also sehr, sehr teuer, sehr aufwändig produziert. Und Discovery gibt im Jahr eine Milliarde Dollar für TV-Produktionen aus. Da kommen wir dann auch gleich dazu, wenn wir das refinanzieren können. Und da muss ich sagen, da können wir mit einer lokalen Produktion nicht einmal ansatzweise mithalten. Auch mit den Namen, die drin vorkommen, von Morgan Freeman als Präsentator, Robin Williams, Stephen Hawking und so weiter, die brauchen wir mit einer lokalen Produktion nicht anfangen. Das heißt, für uns ist da wirklich der Fokus ganz, ganz klar auf diesen großen, großen internationalen Produktionen. Das ist das, was der Zuschauer von uns erwartet und das ist das, was er von uns bekommt. Ganz andere Story im Free-to-Air-Bereich, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Wie wir das Ganze refinanzieren, das ist bei uns eigentlich gar nicht so sehr komplizierte Angelegenheit. Dadurch, dass wir ein globales Unternehmen sind und in 200 Ländern vertreten sind und das Modell weitestgehend überall das gleiche ist, kann sich Discovery eben auch leisten, eine Milliarde Dollar in Produktionen zu stecken jedes Jahr und wir produzieren ausschließlich in HD, es gibt überhaupt keine anderen Produktionen mehr und über diese riesengroße globale Verbreitung mit Märkten, wo wir auch 100% Pay-TV-Abdeckung haben und vor allen Dingen in Märkten, die noch nicht mal ansatzweise an ihre Grenzen gestoßen sind. Wenn ich an den kompletten osteuropäischen Markt denke oder wenn ich an Lateinamerika denke, dann sind es auch Märkte, die wachsen noch unendlich und das ist für uns der Weg und das Modell, wie wir das Ganze refinanzieren können. Also es funktioniert nur über diese sehr, sehr groß ausgelegte Geschichte globaler Angelegenheit zu sein. Über globale Skalierung. Und dann macht es für uns einfach auch intern leistbar, dass wir diese Programme ausstellen können. Gut, spannend. Manuel, wir haben ein paar Aspekte jetzt mal gesehen zu Content. Ihr habt ja ein sehr erfolgreiches Pay-Produkt vor Jahren, muss man sagen, schon gelauncht mit sehr guten Wachstumszahlen, was ja auch in deinem Verantwortungsbereich liegt. Wenn du mal so ein bisschen breiter drüber schaust und sagst, welche die Kanäle, die ihr heute habt, die sich ja durchaus mal ändern, es kommen neue dazu, was sind so aus deiner Sicht Erfolgskriterien der Inhalte, die ihr habt und wie wichtig, und das haben wir jetzt gerade schon mal gehört, den Aspekt, wie wichtig ist eigentlich Marke? Ich meine, es könnte jetzt Wolfram und du, ihr könnt jetzt einen Cubero-Winter-Kanal, obwohl der wird wahrscheinlich Winter-Cubero-Kanal heißen, launchen. Und wie, hat der eine Chance? Vielleicht in einer kleinen Zielgruppe, Harald Schmidt. Aber wie wichtig ist Marke am Ende? Erstmal ganz wichtig ist, dieser Kanal hieße nur Winter-Kanal. Aber der wäre profitabel, dafür würde ich fragen. Stimmt eigentlich. Nehmen wir mal mit. Also, da müssen wir noch mal reden. Okay, du kriegst auch einen Prozentsatz. Ich denke, jetzt Spaß beiseite. Die Pay-TV-Branche ist an einer exzellenten Verfassung. Wenn ich mir überlege, was ich 2003 schwitzen musste, um die ersten Deals mit Pay-TV-Sendern abzuschließen, um Pay-TV jenseits von dann damals von Premiere zu launchen, wie mich viele ehemalige Kollegen für verrückt erklärt haben, dass ich dann bei Kabel Deutschland angefangen habe, Pay-TV zu machen. Und wir haben es gerade gehört in dem Speech, die Branche wird dieses Jahr mit 8 Prozent wachsen. Wir sind im letzten Fiskaljahr mit circa 16 Prozent, also doppelt so schnell gewachsen. Und wir haben in unserem bescheidenen Footprint, wir sind ungefähr ein Viertel von Deutschland, zwischen 8 und 9 Millionen Fernsekunden. Wir haben heute schon 1,2 Millionen Pay-TV-Kunden. Das heißt, wenn wir überregional tätig wären, wären das 5 Millionen. Also es ist gar kein Grund zu denken, wieso diese Branche noch viel, viel mehr wachsen kann. Und was ich höre auch von vielen Kollegen, die im Produktionsbereich tätig sind für Pay-TV, ist, dass das eine Befreiung ist. Es gibt neue Möglichkeiten für Produzenten und die Kunden. Und jetzt zu seiner Frage. Unsere Kunden schätzen sehr, dass sie eine Alternative haben, abends in der Primetime, aber nicht nur zum Free-TV-Programm. Zum ganz konkreten Thema Content. Unsere 75 Prozent aller unserer Pay-TV-Abonnenten sind zufrieden mit der Mischung aus Kanälen und Kategorien. Fragen auch nicht nach neuen Kanälen oder nach neuen Kategorien. Wir erweitern aber ständig das Angebot. Und was uns sehr gefällt, ist, dass die Qualität der Sender heute, dieser Pay-TV-Sender, viel besser ist als die Qualität der Sender 2003. Das ist sehr positiv. Das führt zu einer höheren Qualität. Dadurch, dass es mehr Sender gibt, gibt es auch mehr Konkurrenz zwischen den Pay-TV-Kanälen. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch mehr Konkurrenz zwischen den Plattformen. Wir haben IP-TV, wir haben Off-the-Top. Und das macht diese Branche viel, viel besser in Bezug auf Qualität für den Kunden. Gut, vielen Dank. Ich würde den Content-Blog nochmal mit einem Thema schnell abschließen, bevor wir auf den nächsten Blog kommen. Wolfram, vielleicht ganz kurz. Sie hat schon mal gesagt Sport. Sport ist ein wichtiger Bestandteil eures Bouquets, um nicht zu sagen der wichtigste Bestandteil. Ihr habt da ganz schön was hingelegt, meine ich jetzt noch nicht mal finanziell, sondern ihr habt einfach wirklich mit viel Dynamik und aller Kraft euch alle Rechte gesichert. Respekt, toller Erfolg. Heißt es am Ende, und das sieht man ja in anderen Ländern auch, Sportinhalte werden immer teurer, werden immer wichtiger, weil sie eine der wenigen Inhalte sind, die man exklusiv nicht noch sichern kann, dass Prim und Pay-TV damit immer teurer werden muss? Na, es kann ja nur da was teurer werden, wo letztendlich auch ein Wachstum da ist, dass dieses Teuerwerden generiert. Und es ist völlig normal, wenn etwas in seiner Attraktivität zunimmt und wenn es letztendlich mehr Geld in der Lage ist zu generieren, dass diejenigen, die letztendlich für diesen Erfolg ursprünglich verantwortlich sind, darin anders partizipieren wollen oder mehr partizipieren wollen, dass es vor der Fall ist. Also insofern wissen wir alle, dass Bundesligarechte im Fußball mehr kosten als Bundesligarechte im Handball. Woran liegt das? Das liegt am Erfolg der Bundesliga. Also quasi wir erzeugen nicht diesen Erfolg, wir nehmen diesen Erfolg letztendlich auf und stellen fest, dass er sich idealerweise erfolgreich vermarkten lässt. Das Thema Sport ist für jeden Pay-TV-Anbieter in der Welt sowas, was ich sagen würde, was Teil seiner DNA ist. Es gehört zu ihm. Es ist aber mitnichten so, ich kenne keine einzige erfolgreiche Plattform global gesehen, die sich mit diesem Sportthema singulär zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell entwickelt hat. Das wird immer gerne vergessen. Deswegen, wenn du sagst, Sky ist vordergründig ein Sportsender, das gleiche könntest du von BSkyB behaupten, das gleiche könntest du von Kanal Plus behaupten. Keine dieser erfolgreichen Plattformen agiert ohne den Sport. Tatsache ist aber, dass wir im vierten Quartal letztes Jahr mehr Filmpakete verkauft haben als Sportpakete. Tatsache ist auch, dass das nicht ganz so doll wahrgenommen wird oder dass wir da noch, und jetzt spreche ich als Kommunikator für uns alle, wir haben alle noch unglaublich viel Luft nach oben und das ist genau das Potenzial übrigens, das da ist, indem wir die Vielfalt und die Qualität dieser Angebotspalette insgesamt rüberbringen. Auf gut Deutsch, es wissen noch viel zu wenig Menschen, und das mag man zwar kaum glauben, aber es ist so, es wissen noch viel zu wenig Menschen, dass Discovery HD ein toller Sender ist. Es wissen noch viel zu wenig Menschen, dass 13th Street ein toller Sender ist und das wissen noch viel zu wenig Menschen, dass Sci-Fi ein toller Sender ist und dass es ihn übrigens schon lange, lange gibt. Und da haben wir, wie gesagt, noch unglaublich viel Luft nach oben, weil es noch viel zu viele Menschen wie dich gibt, die sagen, es ist ein Sportsender. Ne, ich glaube ich sage, es ist ein Sportsender, ich sage, achte, es kommt ein mathematischer Satz, Sport ist notwendig, aber nicht hinreichend. Wir sagen, ohne Sport geht es nicht und Sport alleine reicht nicht. Okay, dann habe ich das vorhin falsch gehört, als du gesagt hast. Vielleicht, ja, ich habe es vielleicht vereinfacht. Tut mir leid. Ja gut, okay. Aber wenn ich dich jetzt mal interpretiere, würde ich sagen, ich würde jetzt mal reininterpretieren, ich bin ja da etwas böse zu sein, in Sport werdet ihr nicht mehr wachsen, das wird nur teurer. Euer Wachstum muss außerhalb von Sport kommen. Das ist auch falsch. Wir haben ja den Sender Sky Sport News HD nicht gegründet, weil wir irgendwie im Sport nicht mehr wachsen könnten. Sondern wir stellen ja fest, um dich mit Statistik zu langweilen, in diesem Jahr ist der durchschnittliche Abonnent, der zu uns kommt, neun Jahre jünger als der, der bisher im Bestand ist. Das heißt, es abonnieren ganz andere Menschen Sky in Addition zu denen, die es vorher getan haben. Und der Sportbereich, der mit einem Sportnachrichtensender agiert, erreicht andere Zuschauer als die, die sich ausschließlich für die Fußball-Bundesliga interessieren. Wir haben ja durch den Sportnachrichtensender dem deutschen Sport etwas gegeben, was er inzwischen auch immer mehr mit Freude wahrnimmt. Da findet ja nicht nur die Bundesliga statt, sondern nicht. Wir haben mehr Berichterstattung gehabt über die Paralympics und andere Sportereignisse, als es irgendein öffentlich-rechtlicher Sender je getan hätte. Und das wird mehr und mehr honoriert. Wir haben wahrscheinlich zu leise, aber wir fangen ja auch an, dass wir die Untertitel für Hörgeschädigte mehr und mehr einführen, dass wir in zwei Sprachen gleichzeitig ausstrahlen. Das machen ja nicht nur wir, das macht auch Universal und andere. Das sind doch alles Features, die eine Menge Luft nach oben haben, die überhaupt nichts mit dem singulären Sport zu tun haben. Wenn wir einen Sender wie Sport1 plus HD bei uns addieren, dann machen wir das ja nicht deswegen, weil wir im Sport glauben, da ist keine Luft mehr und wir tun halt nochmal einen Sender dazu, weil man das halt gerade so macht. Sondern wir stellen fest, in seiner gesamten Vielfalt ist der Sport mitnichten so weit, dass man sagen kann, das war's jetzt. Du siehst auch, dass wir in Eigenformaten, weil wir das vorhin schon hatten, ob wir mein Stadion oder Samstag Live machen, das sind Formate, die gab's vor zwei Jahren nicht. Und das ist originäres Sport-Content, der hier erzeugt wird. Also deswegen, das ist ja das Schöne daran, wir sind, glaube ich, eine der wenigen Industrien, die sagen kann, dass wir ein echtes organisches Wachstumspotenzial haben, welches zweistellig ist. Das, was Manuel feststellt, das, was unsere Senderpartner idealerweise feststellen, ist, wir wachsen ja organisch und nicht künstlich, in Anführungszeichen, zweistellig. Und da stellt man fest, der Markt war offensichtlich unterpenetriert und wir waren, Verzeihung, wahrscheinlich ein bisschen zu dämlich, um dieses Wachstum zu generieren. Komisch ist, alle wachsen zweistellig, der Markt aber nur einstellig. Irgendwie stimmt das mathematisch nicht. Du kannst dir ja unsere Abonnentenzahlen angucken, dann kannst du ja nochmal deine Mathematik drüberlegen und dann lässt du ja sehen, was in den letzten acht Quartalen passiert ist. Nein. Okay. Habe ich verstanden mit… Ganz sicher. Habe ich verstanden mit Sport. Habe ich verstanden. Ich lerne ja auch immer dazu. Die Zeit geht schnell voran. Ich würde diesen Blog gerne auslaufen lassen, aber anders als sonst sind wir nicht zum Schluss das Publikum bitten, Fragen zu stellen. Haben Sie zum Thema Content noch eine Frage, die Sie den Damen und Herren hier stellen wollen? Nein? Dann würde ich… Sie haben natürlich zum Schluss immer noch die Chance, wenn Sie wollen, eine Frage zu stellen. Dann würde ich gerne zum zweiten Blog gehen und der zweite Blog ist Plattformen. Peter, Entschuldigung, du hast jetzt etwas lange gewartet, aber jetzt kommt deine Stunde. Wir haben… Stunde ist nur in Bild nicht gemeint. Wir haben schon viel oder ein bisschen zwischen den Zeilen über das Thema Video-Nemand gesprochen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was macht SnackTV eigentlich? Und dann einen leichten Bogen drehen und dein Blick auf das Thema Video-Nemand, Free versus Pay. Und dann werden wir dich wieder abholen und werden mit den anderen Teilnehmern darüber sprechen, welche Rolle VOD eigentlich im Pay-TV-Mix spielt. Ich bin schon stinken. Nein, du hast ja das Produkt Sky-Go schon erwähnt, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber Peter, was macht SnackTV eigentlich für die, die es noch nicht wissen? Und warum ist Video-Nemand ein Trend, auf den ihr offensichtlich gesetzt habt? Ja, also SnackTV, ich würde eigentlich wirklich gerne mal fragen, weil es mich jetzt interessiert, ich war überrascht, dass du mir die Chance gibst, das kurz vorzustellen. Aber wer kennt SnackTV von Ihnen? Ganz kurz mal, so 30, 40 Prozent. Okay, ist ja schon mal ermutigend. Also SnackTV ist eine Initiative, die wir damals oder ich damals, als ich aus ProSieben rausgesprungen bin, vom großen Pressnapf, gedacht, bewegte Bilder im Internet ist ein Thema durch die Bandbreite, die wir heute haben, das auf jeden Fall kommt, insbesondere eben im Ad-VOD, im werbefinanzierten Bereich. Und wir brauchen viel Reichweite, weil wir eben das werbefinanzierte Modell eben nur über Reichweite wirklich in den Markt verankern kommen und Portale gab es schon ein paar. Und dann kam eben die Idee zu sagen, man geht in die Richtung Syndication. Man aggregiert hochwertige Fernsehinhalte im Snack-Format, also im Kurzformat Shortform-Content, am besten wirklich ein Best-of-Beweg-Bild, sehr viel Fernseh-Content. Drei der Mitstreiter hier heute liefern Content auf unsere Plattform und wir haben mittlerweile 150 Lizenzgeber mit 70.000 Videos, die wir an jeden Publisher im deutschsprachigen Bereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, syndizieren, mit Player-Technologie, mit Werbevermarktung, also ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, überall dort, wo ein Artikel zu einem gewissen Thema stattfindet, machen wir es möglich auch über eine automatisierte Technologie. Es ist ein bisschen wie, ich nehme jetzt mal ein großes Wort im Mund, wie Google AdSense für Videos. Also wir spielen automatisch kontextsensitiv Videos auf Artikelebene ein. Und das ist natürlich dann sehr interessant, weil dann jede Webseite heute dieses Thema Multimedia-Storytelling sehr, sehr leicht umsetzen kann, ohne Redakteure in den Einsatz zu bringen und sich da einen großen Kopf zu machen. Das ist in der Nutshell SnackTV. Wir haben laut ComScore je nach Monat bis zu 7, 8 Millionen Unique User. Damit spielen wir dann schon relativ weit vorne mit. Also es gibt ja so, wenn Sie das Ranking vielleicht kennen, ganz vorne natürlich YouTube mit 37, 38, dann gibt es einen riesen Abstand zum nächsten. Das ist dann die ProSiebenSat1 Media AG mit so 10 Millionen Uniques. Und dann kommt die RTL-Gruppe und so weiter. Und dann sind wir meistens schon so mit Platz 5, Platz 6 unterwegs. Und da sehen Sie eigentlich auch schon, und da komme ich jetzt zum Thema Video on Demand, dass natürlich die großen Häuser sich schon überlegen müssen, wie kommen Sie denn an ähnliche Situationen, die Sie aus dem Free-TV kennen. Also an ähnliche Marktpositionen, die Sie aus dem Free-TV kennen. Und wenn Sie sich heute nur mal isoliert RTL oder ProSieben anschauen, dann sieht man, dass man dort bei 4, 5, 6 Millionen Unique-Usern pro Monat ist, die man erreicht, wenn man im Fernsehen aber gewohnt ist, 55, 60 Millionen Menschen, also Netto-Reichweite pro Monat zu erreichen. Also da klafft eine Riesenlücke zwischen dem, was man aus dem Fernsehen kennt, an Reichweite, den Menschen, die überhaupt Videos im Netz nutzen, das sind derzeit 47 Millionen, und denen, die man als großes Haus aus Unterführing oder Köln im Netz dann über seine eigenen Video- und Demand-Angebote abholen kann. Und deswegen kommt dann so ein Modell wie SnackTV oder es gibt auch den ein oder anderen Wettbewerber natürlich, die dann eben genau diese Lücke versuchen zu schließen, zu sagen, ich nehme dein Content und bringe ihn dorthin, wo Menschen schon Inhalte nutzen und dann entsprechend über die Affinität auch deinen Inhalt nutzen. So, und da ist natürlich ein Riesenmarkt. Wir reden über 10,5 Milliarden Videos, die jeden Monat genutzt werden. Im Schnitt jeder von uns pro Tag, laut Comscore, mag man diskutieren, eine halbe Stunde Video-on-Demand-Nutzung, das ist schon eine richtig große Zahl, und entsprechend tut sich da was. Es tut sich zum einen etwas im Werbemarkt, weil sehr viel Werbenachfrage generiert wird, und es tut sich aber auch was im Pay-Markt. Ich habe gerade Zahlen gelesen, wir reden, letztes Jahr hatten wir so ungefähr 169 Millionen Euro Umsatz, davon waren 99 Millionen Werbung und 69, also 168 Millionen insgesamt, und 69 Millionen waren Paid-Content. Davon natürlich sehr viel internationaler Content, aber auch einiges an lokalem Content. Da sieht man auch ein bisschen so die Verhältnismäßigkeiten zwischen Paid-Content und Free-Content. Wenn ich, vielen Dank Peter, wenn ich das mal Revue passieren lasse, was du sagst, und schaue, was passiert eigentlich im Markt bei VOD und jetzt nur mal auf Pay, so sehe ich eigentlich drei unterschiedliche Ausprägungen. Das eine sind die, ich sage mal, Plattform- und Infrastruktur-agnostischen Anbieter von Pay VOD, zum Beispiel ein Maxdom, Produktform von ProSiebenSat1. Das ist heute so weit wie möglich auf jedem Smart-TV, auf jeder Set-Top-Box, aber es ist insofern unabhängig, weil es keine Infrastruktur anhängt. Dann gibt es so ein Thema, was einem Ecosystem anhängt, zum Beispiel iTunes, aber auch seit gestern oder ich glaube seit heute in Deutschland das Thema Kindle Fire, was ein sehr rundes, sehr gutes Produkt ist, was aber in seinem Ecosystem ein Stück weit gefangen ist. Das Love-Film gibt es natürlich auch frei, aber nehmen wir mal das Ecosystem, was ich per se sehr spannend finde, weil es da, wenn man mal drin ist, ist man drin. Jeder, der Apple hat, weiß, was der Login-Effekt ist. Und dann gibt es die dritte Logik, sozusagen die Anhängsel, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, die an existierenden Pay-TV-Häusern hängen, also Verlängerungen des Pay-TV-Produktes. Und da ist sicher ein sehr schönes Produkt, auch wenn ich euch nicht abonniert habe, kenne ich es trotzdem sehr gut, mein lieber Wolfram, ist das Produkt Sky Go. Jetzt ist Sky Go eben gerade nicht Teil eines, wenn du so willst, trotzdem Ecosystem, weil es natürlich ein Sky-Ecosystem ist. Es ist aber nicht frei, nicht offen. Ist das eine Strategie, die man aufrechterhalten kann, will und muss? Muss ich also immer Sky-Abonnent sein, um euer tolles VOD-Produkt zu nutzen? Oder kann man sich auch vorstellen, dass der Trend, den Peter ja zeigt, der sozusagen in der freien OTT-Welt stattfindet, dass man das auch komplett löst und sagt, Sky ist Anbieter eines Pay-VOD-Produktes, losgelöst vom Linearen und geht seinen eigenen Weg? Naja, also du bist in jedem Fall ein Sky-Kunde, weil sonst könnten wir das Produkt ja nicht anbieten, es sei denn, wir würden es verschenken. Du bist per Definition ein Sky-Kunde. Aber muss ich ein Kunde des Linearen, muss ich ein linearer Abonnent sein? Du hast ja schon gesagt, dass wir mit diesem Gewinnemachen noch so eine Challenge haben. Obwohl wir ja ganz gut unterwegs sind. Du beziehst es jetzt auf Sky Go. Ich denke bei On-Demand vielmehr bei uns auf Sky Anytime, basierend auf Sky Plus. Aber Sky Go, um dir die Frage zu beantworten, ist ja gestartet worden vor etwas mehr als einem Jahr, also noch ein sehr, sehr junges Produkt und gleichzeitig war es für sich selbst gesehen, global gesehen, einzigartig. Also sprich, es gab viele einzelne Versatzstücke anderswo, aber keiner kam auf die Idee, außer eben bei uns Brian, das Ganze mal zusammenzubauen. Und daraus wurde dann plötzlich das, was der Konsument, welch ein Wunder, schon die ganze Zeit haben wollte, dass wir immer in diesen Zukunftsszenarien für uns hingebabbelt haben, jeder Content überall, also jederzeit. Endlich wurde es mal so umgesetzt, dass es auch noch funktioniert hat. Es ist mitnichten so angesetzt gewesen, dass es ein geschlossenes System für alle Ewigkeiten ist, aber du fängst erstmal bei A an. Das ist das ganz Entscheidende. Ich glaube, ab und zu hat man den Fehler gemacht, dass man bei D und bei E schon war und das A und das B vergessen hat und dann hat es nicht funktioniert. Wir sind ja eigentlich, wenn du so willst, wir stellen ja keine Apples her. Auf gut Deutsch, du kannst heute Sky Go auf deinem iPhone hast du wahrscheinlich, ne? Und ein iPad hast du auch, okay, immerhin. Das ist einer der ersten. Das ist einer der ersten wahrscheinlich. Okay. Sprich, wir haben das ja schon mal gesagt, dass für Sky Go als nächstes ansteht, dass wir es als singuläres Produkt anbieten können. Wir sagen ganz bewusst, dass das, es wird passieren. Wir sagen aber auch noch nicht genau, wann es passieren wird, weil du musst tatsächlich auch von der, wir reden hier von technologischen Herausforderungen, weil die wenigsten dieser Systeme so gebaut worden sind am Anfang, dass sie kompatibel miteinander sind. Also wir wissen, dass Android ein System ist, das in seiner Kompatibilität mit anderen Systemen nur bedingt funktioniert. Aber wir haben letztendlich einen Kunden, den das alles nicht interessiert. Also sprich, es ist keine Strategie zu sagen, es ist ein solches System, das immer nur auf ein Geschlossenes angesetzt ist. Das haben wir ja auch in vielerlei anderer Hinsicht gemacht. Und übrigens, das ist am Ende des Tages, was der Kunde will. Das interessiert er nicht, in welcher Infrastruktur er sich befindet. Er will den Content hier, jetzt und heute. Übrigens will er ihn, deswegen, ich sehe das auch immer nicht getrennt voneinander. Wir stellen ja bei uns fest, jemand über Sky Anytime guckt on demand. Er geht auf Sky Atlantic, ist linear. Er geht über Sky Go auf Sky Atlantic und ist wieder nicht linear. Und dann sind wir bei dem, was Katharina sagt, das, was Susanne sagt. Das hat, glaube ich, 13th Street schon 1998 gesagt. Es geht um Marken, es geht um die Wiedererkennbarkeit von Marken und auf welcher Plattform, in welcher Form ich sie nutze. Das ist für den Konsumenten je nach Tagesform und je nach Einstellung vielleicht abhängig, aber das war es dann auch. Gut, die Antwort beruhigt mich übrigens jetzt. Dankeschön. Katharina, was ist eure VOD-Strategie? Unsere VOD-Strategie ist gebunden an unsere Partner. Also das sind die großen Plattformen. Das ist natürlich in erster Linie Kabel Deutschland, Sky, aber auch Telekom, in Österreich und Schweiz, die Kabelnetzbetreiber. Und wir machen ja schon beispielsweise mit der Kabel Deutschland, ich glaube seit zwei Jahren, haben wir ein umfangreiches Ketchup-Angebot, ein nicht lineares Angebot. Unsere Strategie ist also die Content-Anbieter-Strategie. Wir sind jetzt nicht der Technikentwickler und Treiber. Das können die Plattformen besser. Also ich bin für eine klare Aufgabenteilung. Die Technikentwicklung, Innovation, die ist natürlich toll für uns, weil wir wollen ja die Marken, alle fünf Sendermarken, die ich habe, Certains wie Sci-Fi, E-Entertainment, History und Bio auf allen Plattformen überall anbieten. Das ist natürlich gut für den Markt. Aber die Experten in dem Bereich und die Innovatoren sind die Plattformen. Und jetzt Kabel Deutschland, muss ich nochmal loben, mit dem Ketchup-Angebot. Da haben wir umfangreiche Programme. Das wird sehr gut angenommen. Das gibt es schon seit zwei Jahren. Und es gibt natürlich weitere Innovationen wie Sky Go, Sky Anytime. Also ich bin dafür eine klare Aufgabenteilung. Das heißt, unsere VOD-Strategie richtet sich auch in erster Linie nach der VOD-Strategie unserer Partner. Wir können ja theoretisch jetzt auch ein eigenes OTT-Angebot mit unseren Marken machen. Aber das macht er nicht. Ne, das werden wir nicht machen. Peter, du wolltest noch einen Punkt bringen, um die beiden Welten ein bisschen zusammenzurücken. Es ist ganz interessant. Ich habe im Vorfeld natürlich die aktuellen Pay-TV-Wachstumszahlen mir angeschaut und war sehr überrascht über diese zweistellige. Ich habe zweistellige Zahlen gesehen und dachte, Mensch, das ist ja, nachdem wir jetzt 20 Jahre Pay-TV in Deutschland haben und alle wissen, wie schwierig dieser Weg war, sind das ja sehr ermunternde Zahlen. Auch vor dem Hintergrund oder insbesondere vor dem Hintergrund, dass eben so viel Content nicht nur im Free-TV verfügbar ist, im Schnitt mittlerweile 82 Sender pro Haushalt, aber eben auch im Netz. Und die Frage ist eben, oder erstmal, was man festhalten kann, ist, dass so wie das Internet das Free-TV nicht kannibalisiert hat, scheint das VOD momentan nicht das Pay-TV zu kannibalisieren. Aber es gibt, das habe ich auch irgendwie ein paar solcher Stimmen aus Amerika gehört, es gibt da Studien von Kagan oder ABI Research, die sagen, dass sie in den nächsten Jahren schon davon ausgehen, dass durch die weitere Verbreitung von Video-on-Demand-Angeboten, also die freie Verbreitung insbesondere Pay-TV-Haushalte in OTT-Haushalte konvertieren könnten, bis zu 10 Prozent. Es gibt eine Zahl von 12,1 Millionen US-amerikanischen Haushalten, die in den nächsten drei Jahren von Pay zu VOD wandern könnten. Von Linear Pay zu Non-Linear Pay? Nein, zu Free dann in dem Fall. Zu Free dann, okay. Dann komplett das Thema Pay scheinbar aufzugeben für ein Free-Angebot. Okay, spannende Zahl, hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gerne. Nö, aber wenn ich jetzt, ich liebe diese Unternehmensstatistiken oder die Statistiken von Unternehmensberatern, die aus Amerika oder auch gerne woanders herkommen, weil sie ja meistens auch eine Strategie des jeweiligen Unternehmensberaters mit verraten oder welche Mandantschaft er gerade hat. In der Realität, ich lerne da immer gerne von unseren Kollegen aus England, weil BISCAPIA, ich glaube ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell ist, was es geschafft hat, alle Geschäftsmodelle, die es mit Paid Content zu tun haben, erfolgreich unter ein Haus zu vereinen. Und daran siehst du eben, dass es eben immer nie dazu kommt, dass es das eine das andere kannibalisiert oder gewissermaßen abschafft, weil das ist gerne so eine Harakiri-These, die kann man gerne verbreiten, da kriegt man schöne Überschrift und Hurra, Untergang des Abendlandes sind wir schon dabei. Und die Realität ist eben eine gelebte... Das ist komplementär. Das ist eine ganz andere, nämlich genau, was ich eben versucht habe zu machen. Du kommst also morgen Abend nach Hause, wenn du dein Sky-Abo hast, dann drückst du auf einen blauen Knopf bei einer Fernbedienung, du musst also nicht mehr rumsuchen, dann kommt Anytime. Dann drückst du auf OK, da ist ja so ein runder Knopf, steht da drauf, und dann geht dein Film los. Dann kannst du wieder auf Stop drücken, da steht auch Stop, das kannst du auch. Das ist das gleiche Menü, das du von deinem Apple kennst. Und dann weißt du, jetzt hält er an und es kostet dich alles nichts extra. Wenn dir das zu langweilig ist, gehst du zurück ins lineare Fernsehen und kannst von mir aus wahrscheinlich den Tatort am Sonntagabend gucken. Den gucke ich VOD übrigens. Den guckst du VOD am Sonntagabend? Okay, das kannst du bei Sky genauso machen. Du sprichst, du drückst einfach auf Stop, dann hält er dich an, du kannst den aufnehmen, ach was weiß ich nicht alles. Jedenfalls, du bewegst dich in den Welten ganz spielerisch hin und her, ohne dass es eben zu diesen Kampf-Szenarien kommt, was schießt jetzt was wo wie ab. Und die Realität ist immer die, wenn du durch die Werbungfinanzierung in die werbetreibende Industrie getrieben bist, um einen Inhalt zu finanzieren oder zu refinanzieren, dann wird das ein anderer Inhalt werden, als wenn du ihn gewissermaßen aus Fies heraus finanzierst, weil da ein anderer Hintergrund dazu oder ein anderer Vordergrund steht. Und das ist das, was eine Discovery-Produktion meinetwegen ausmacht. Wenn ihr euch auch nur aus dem Free-TV finanzieren würdet, also die eine Milliarde, die ihr ausgebt, die aus dem Werbemarkt heraus alleine getrieben werden, dann vermute ich mal, wird der Content ein bisschen anders aussehen, als wenn er den Luxus hat, dass er durch unter anderem Plattformen wie Sky seine Refinanzierung erfährt. Und das ist das, was immer und immer wieder wiederholt werden muss, um klar zu machen, worum geht es da am Ende des Tages. Wenn der Kunde bereit ist, wenn er Spaß hat, dann bezahlt er. Und wenn er keinen Spaß hat, dann geht er weg. Gut, offensichtlich habe ich immer mehr Spaß zu bezahlen. Deswegen wirst du ja morgen Abend ans Geil. Ja, morgen Abend. Ich glaube, ich komme ja gar nicht mehr raus. Die Zeit schreitet voran. Ich habe noch ein paar Aspekte, die ich gerne mit Ihnen oder mit euch diskutieren würde. Ich frage noch mal eine Frage. Wir wollen uns noch ein bisschen mit dem Free- und Pay-Thema beschäftigen. Das kam gerade jetzt schon mal auf. Die Männer-Sender D-Max haben Sie sehr erfolgreich in Free-TV gestartet. Jetzt kann man der Presse entnehmen, dass es Pläne für einen weiblichen Sender gibt, den Sie unter Umständen starten wollen, aber ganz bewusst im Pay-TV. Jetzt ist doch Ihr Free-TV-Produkt dann sehr erfolgreich. Ist das jetzt ein Mix, das Sie fahren wollen? Hat sich Ihre Strategie geändert? Wie sehen Sie in Ihrem Haus das Wechselspiel zwischen Free und Pay? Also generell dieses Thema weiblicher Sender, oder generell wollen wir natürlich unseren Footprint hier auf dem deutschen Markt gerne ein bisschen größer machen. Und unsere Sender, die wir momentan haben mit D-Max, dieser sehr, sehr männlich orientierte Sender ist, 78% der Zuschauer sind Männer, aber auch Discovery Channel ist relativ männlich orientiert und Animal Planet ist mehr so für Familien-Entertainment. Das heißt, was uns eigentlich hier noch fehlt, ist die weibliche Zielgruppenansprache. Und es gibt einen Sender in der Discovery Welt, das ist TLC, der sehr, sehr erfolgreich gestartet ist. Gibt es eigentlich schon recht lang, ist in den letzten Jahren umpositioniert worden und ist mittlerweile auf die weibliche Zielgruppe ausgerichtet. Das ist was, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, den würden wir ganz gerne im deutschen Markt sehen. Da gibt es Gespräche mit Plattformen dazu, ist aber nichts, was ich momentan Näheres dazu sagen kann. Es ist einfach noch ein Wunsch momentan von uns. Was das Verhältnis von Pay-TV und Free-to-Air anbelangt, ist es so, dass dieses Zwei-Säulen-Modell in Deutschland vor sechs Jahren weltweit zum ersten Mal getestet worden ist. Also Discovery ist ja ein ausgesprochenes Pay-TV-Haus und wir haben insgesamt derzeit weltweit sechs Free-to-Air-Sender. die sind allesamt in Westeuropa ansässig und DMAX war der erste und es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und auch dieses parallele Leben von Free-to-Air und Pay-TV klappt sehr gut, weil wir unsere Marken komplett unterschiedlich positionieren. Wir haben jetzt gerade vor ganz kurzem eine Studie gemacht mit dem Monheimer Institut und ist herausgekommen, dass nur acht Prozent der Zuschauer überhaupt DMAX und Discovery Channel in irgendeiner Art und Weise miteinander in Verbindung bringen und ich glaube, das Wissen, dass DMAX und Discovery Channel zur gleichen Company gehören, geht gegen null. Das heißt, uns liegt natürlich wahnsinnig viel dran und da wissen wir, dass es auch unseren Pay-TV-Plattformspartnern so geht, dass die Überschneidung oder der Kannibalisierungseffekt zwischen unserem Free-to-Air-Sender und den Pay-TV-Sendern einfach nicht gegeben ist. Und es ist nicht gegeben. Weder von der Markenpositionierung her, noch von der programmlichen Überschneidung. Okay. Trotzdem sehen wir ja, Katharina, dass sich die Geschäftsmodelle beginnen zu überschneiden, denn das Thema Werbeerlöse ist ein Thema, was immer wichtiger wird. Ihr werdet ja offiziell ausgewiesen inzwischen mit euren Reichweiten. Sky hat eine Vermarktungsorganisation, die eben in Anführungsstrichen klassisch vermarktet. Wie wichtig ist die Erlösquelle Werbung für das Thema Pay-TV und für deine Kanäle zum Beispiel? Also im Moment ist sie leider nicht bedeutend. Aber das ist jetzt mein strategisches Ziel für mich persönlich für die nächsten Jahre. Ich will das ändern. Das wird ein langer Weg, aber ich bin da sehr kampfeslustig und freue mich, das Duopol der beiden großen Sendergruppen, insbesondere der Vermarktung, etwas aufzumischen. Gerne mit Sky zusammen. Ich glaube, da wird sich einiges tun und da wird sicherlich einen Verteilungskampf geben. Ich bin da aber sehr optimistisch und wir kriegen auch Signale, seit wir eben Quoten ausgewiesen sind. Bei uns bucht Chanel jetzt zum ersten Mal. Also man sieht, dass sich der Markt ändert, dass auf einmal wir klassische Kunden haben, die vorher an den Free-TV-Sender gebucht haben. Und die durchaus zu schätzen wissen, dass wir eine junge Zielgruppe haben, eine gebildete Zielgruppe, eine klare Positionierung mit jungen Männern bei Sci-Fi. Also perspektivisch, ich würde mal sagen, die nächsten drei, fünf Jahre ist für mich so der Zeitraum, wird sich da einiges tun. Und das ist für mich natürlich schon sehr wichtig, gerade wenn ich das im internationalen Vergleich sehe, wo ja in England gibt es eine Verteilung 50-50, Pay-Erlöse, Werbeerlöse. Über die nächsten Jahre möchte ich an diese Töpfe ran. Okay. Peter, Duopol hörst du wahrscheinlich nicht so gerne als ehemaliger Vermarktungsvorscher von ProSiebenSat1. Es gab auch nie ein Duopol, das wissen wir. Aber vereinfacht wird das gerne mal zu erwähnen. Wenn du so mit deiner Kompetenz der Werbung, des Werbeverkäufers mal siehst, welche Chancen hatte so ein Pay-TV-Sender eigentlich echte Werbeerlöse zu generieren, Reichweite haben wir gesehen, ist da, ja 0,7 Prozent, okay, Tagesmarktanteil, Marke ist da. Ist das eigentlich eine klassische Vermarktung oder sagst du, nee, das muss man eigentlich anders angehen? Zuerst mal war der Schritt in die GfK ein gewagter, aber ein richtiger. Es hat lange gedauert, man hat sich dann auch durchgesetzt, gewisse Repräsentativitäten herzustellen, um überhaupt dieses Universum, wir reden ja über ein kleineres Universum darzustellen, sodass man auch diese Zielgruppenqualität auch ein Stück weit darstellen kann. Dieser Sprung ist geschafft. Jetzt geht es im Grunde darum, der Markt ist ja sehr träge. Der braucht Jahre, um letztendlich wirklich auf einen Zustand zu reagieren. Bis er dann eine Entwicklung mitnimmt, dauert es dann nochmal ein bisschen. Also das ist natürlich die Situation, die wir in Deutschland vorfinden. Nichtsdestotrotz hat PayTV eine absolute Berechtigung im Werbemarkt. Ich glaube, dass bei Sky das auch schon in der Kapitalisierung sich ganz gut durchschlägt. Ich kenne jetzt eure Zahlen nicht, aber ich würde mal vermuten, vielleicht macht man so 30 Millionen Euro netto Umsatz pro Jahr. Ja, deine Vermutungen waren schon immer großartig. Ja, okay. Und das ist ja gemessen an dem Marktanteil, den man hat, ungefähr so der Fair-Share mehr oder weniger, den man da aus einer Unique-User-Basis, sorry, nicht aus der Marktanteilsicht noch nicht, da müssen wir noch dran arbeiten, aber man kann schon sagen, man holt schon ein bisschen was raus. Da ist ja auch, man darf nicht unterschätzen, es ist ja ein unheimlicher Antagonismus zwischen den Interessen eines Programmmenschen bei Sky und den übergeordneten Interessen zu sagen, aber wir wollen jetzt auch mal gegenüber den 1,2 Milliarden, die er dieses Jahr vielleicht macht, auch mal 30 Millionen oder perspektivisch vielleicht auch mal 100 Millionen Euro Werbeumsatz machen. Aber da muss man eine gewisse Konzession auch im Programm machen, wie viele Werbeblöcke, wie viel Werbung, wie geht man in der Kommunikation vor? Jahrelang haben wir gehört, also werbefrei, obwohl es gab immer den Unterschied zwischen Unterbrecher werbefrei und nicht ganz werbefrei. Aber es hat ein großes Potenzial, insbesondere weil man die Adressen hat perspektivisch, ich weiß nicht, wie weit ihr die irgendwann mal nutzen könnt, aber sicherlich, wenn man dann über Smart-TV, Connected-TV das Ganze über IP-Technologien ansteuern kann, ja, die Werbung, kann man das vielleicht verknüpfen und letztendlich einen richtig interessanten Pitch gegenüber der Werbewirtschaft dann einleiten. Also ich denke, die Zeiten sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil die Qualität gut ist, die Einbindungsmöglichkeiten sich vergrößern und dann eben die Möglichkeit über technologische Entwicklungen im Bereich eben Connected-TV, Smart-TV sehr viel mehr Werbung zu machen, als das heute der Fall ist. Okay, du hast noch ein paar Aspekte genannt, leider können wir die hier nicht angehen, ich hätte gerne über Smart-TV und 3D gesprochen, aber ich glaube, da reicht die Zeit nicht. Ich würde gerne noch die letzten fünf, sechs Minuten auf ein Thema verwenden, was auch Plattform ist und das Thema Verschlüsselung beinhaltet. Manuel, wenn man mal sieht, die Merger Neudeutsch von Unity und KW Baden-Württemberg ist unter der Auflage genehmigt worden, dass die Grundverschlüsselung im SD, also im normalen Fernsehen, nicht mehr stattfindet ab 2013. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen das für die KDG hat, da müssen wir jetzt auch nicht im Detail drüber reden, aber gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht zukünftig keine verpflichtende Grundverschlüsselung oder keine Grundverschlüsselung mehr des SD-Signales gibt. Jetzt wäre eine Hypothese, dass der Erfolg von Pay-TV unter anderem daran liegt, dass auf dem sozusagen Rücken von Free-TV man eine adressierbare Infrastruktur in den Haushalten geschafft hat, durch diese Grundverschlüsselung, die ihr eingeführt habt damals, genauso wie Unity sie eingeführt hat. Wenn das wegfällt, siehst du da eine mögliche Verlangsamung der Pay-TV-Penetration in Deutschland oder sagst du, spielt eigentlich keine Rolle, das ist so mächtig, dass ich nicht das trojanische Pferd des Free-TV brauche? Also ich glaube, man redet von Grundverschlüsselung, wenn man eine stinknormale Verschlüsselung auf Free-TV anbietet. Das ist ja nicht eine andere Verschlüsselung als in Pay-TV. Genau. Und das war gerade ein Vorteil, die ganze Zeit ist immer noch. Das Gute ist, dass wir hier von, jetzt im Falle Unity Media, nicht bei uns, eine Aufgabe dieser Verschlüsselung für Free-TV für SD-Programme sprechen, aber nicht für HD. Und wenn HD wichtig ist für Pay-TV, ist es noch viel wichtiger für Free-TV. Wir sehen das, die Wachstumsraten von den HD-Programmen der privaten, ARD, nicht ARD, aber ProSimsat 1 und RTL, ARD auch, die Zuschauerzahlen wachsen rasant, noch viel schneller als im Pay-TV-Bereich, bei uns im Netz. Wir haben, ich glaube, ca. 700.000 Kunden bei der letzten Bekanntgabe unserer Zahlen genannt, die HD-Programme von ProSimsat 1 oder RTL haben. Dafür zahlen sie ein bisschen Geld. Es ist kein Pay-TV, dafür legen die Veranstalter sehr viel Wert darauf, dass wir nicht von Pay-TV sprechen, weil es geht hier um Free-TV, aber mit Verschlüsselung. Von daher glaube ich, dass die wichtige Grundverschlüsselung in deiner Sprache, die Verschlüsselung von Free-TV, nämlich von HD, die bleibt. Und da, glaube ich, können wir guter Dinge sein. Das ist eine schöne Vorlage. Wir wollen jetzt gar nicht auf die semantischen Unterschiede zwischen Pay, HD und Pay-TV eingehen. Ich glaube, das ist eine rechte Frage. Was wir aber aus der Diskussion natürlich schon mitnehmen, ist, dass die Grenzen zwischen Pay und Free sich ein bisschen verwischen, ehrlich gesagt. Frage vielleicht an Frau Eigenand-Reefs, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, was wir hier gesagt haben. Pay-TV macht zukünftig auch ein bisschen Werbevermarktung. Free-TV kostet was, wenn ich sehen will, zumindest in HD. Gehen wir so auf eine Art Premium-TV-Schiene zu? Und ob ich jetzt Free oder Pay bin, ist am Ende gar nicht mehr die Unterscheidung. Ich glaube schon, dass gewisse Fernsehangebote und da ist Pay-TV der Vorreiter, Premium-Angebote sind. Und wenn ich dafür bezahle, dann erwarte ich das auch als Zuschauer. Und dann ist es eigentlich egal, ob das ein eigentlich frei empfangbarer Sender ist oder ob das ein Pay-TV-Sender ist. Ich glaube, in dem Moment, wo ich extra Geld dafür ausgebe, dann habe ich eine andere Erwartungshaltung als Zuschauer. Und dafür müssen wir Sorge tragen. Und darum glaube ich, ist es auch gerechtfertigt, dass man, und wir sind definitiver Vertreter davon, dass das HD-Plus-Angebot kein Pay-TV-Angebot ist, weil die gleichen Sender komplett frei empfangbar sind, nach wie vor. Da kann man das gleiche Programm anschauen, aber den S-D-Qualität. Und für HD muss man ein paar Euro extra bezahlen, ich glaube, es sind vier Euro im Monat, damit ich das in meiner HD-Qualität anschauen kann. Also ja, das ist schon ein Premium-Angebot, aber jegliches Angebot von, ich bezahle extra, was dafür ist, ist ein Premium-Angebot. Ich glaube, wenn ich da mal reingrätschen darf, dass wir langsam an den Punkt ankommen, dass wir mit diesen semantischen Begriffssteuerungen irgendwann mal die Realität des Lebens hier erreichen. Und die Realität des Lebens hat hier lange darin bestanden, dass Pay-TV was Negatives ist und ich zahle nichts für Fernsehen, weil das ist umsonst, Punkt. So, mit diesem Anachronismus sind wir ja, ich mache das jetzt seit wie vielen Jahren auch immer mit, und so langsam erlebe ich, wie sich das auflöst. Wir entwachsen dem, das glaube ich auch. Das haben wir lange genug herum diskutiert. Am Ende des Tages hat der Mensch sich immer gleich verhalten. Wenn ihm etwas wert war, dann hat er dafür was bezahlt. Wenn es im Mehrwert war, hat er dafür mehr bezahlt. Unabhängig davon, welche rechtliche Diskussion oder welche rechtliche Definition ich darunter drunter lege. Und wir stellen halt fest, dass es heute Menschen wie dich gibt, die nicht spontan sagen, ich habe deswegen kein Pay-TV, weil es mir so teuer ist, weil wir nämlich überhaupt nicht mehr über Preise eigentlich reden, ob ich jetzt 4 Euro im Monat zahle oder 15 Euro. Der Kabelnetzbetreiber hat irgendwann mal angefangen, sich gegenüber seinem Kunden zu identifizieren. Ich meine, vor 20 Jahren wusste gar keiner, dass es Kabelnetzbetreiber gibt, geschweige denn, dass ich was dafür bezahle. Und somit wird auch die Wahrnehmung von uns allen, von allen 40 Millionen Fernsehhaushalten in Deutschland, hinsichtlich der Tatsache, dass sie ja doch was zahlen, und ich will jetzt gar nicht in irgendeine GEZ-Diskussion hineingehen, die wird endlich pragmatisch. Es wird normal, darüber zu sprechen, zu sagen, jawohl, je mehr was taugt, desto mehr muss es wohl was kosten, weil sonst wüsste ich nicht, woher die das Geld hernehmen sollten, um das zu machen. Und jetzt reden wir davon, wenn wir bei uns feststellen, dass innerhalb von etwas mehr als einem Jahr sich der Apu, furchtbares Wort, aber wie viel gibt ein Kunde bei uns durchschnittlich im Monat aus, von 23 Euro auf 32 Euro gesteigert hat. Dann reden wir nicht davon, dass wir die Preise erhöht haben um 8 Euro, sondern wir reden davon, dass der gleiche Kunde sagt, jawohl, das ist es mir wert, ich zahle im Durchschnitt jetzt 8 Euro mehr im Monat, natürlich, weil ich mehr Produkte bekomme, weil ich bessere Produkte bekomme und weil ich ein positives Kundenerlebnis jeden Tag habe. Und jetzt stellen wir eben fest, dass der Deutsche genauso wie alle anderen auch sehr wohlbereit ist dafür, für Qualität was zu bezahlen und je mehr Qualität und je höher die Qualität ist, desto logischer erscheint es jedem von uns, dass er dafür mehr bezahlt. Das fängt also unten an, wir haben immer von diesen Basispaketen gesprochen, der eine nennt sie in seiner Marketingsprache schon Basis-Premium und der andere nennt sie die oder da oder dort, aber lassen wir das alles mal weg. Tatsache ist, dass sich das alles anfängt zu normalisieren und dann reden wir von einer normalen Marktentwicklung und dann stellen wir einfach fest, dass dieser Markt jahrelang, vielleicht jahrzehntelang sich quasi künstlichen Beschränkungen unterlegt hat oder vielleicht auch anderen Schwierigkeiten gestellt hat oder Hürden aufgebaut hat und jetzt bauen wir die alle miteinander so nach und nach ab und dann brauchen wir uns auch nie mehr darüber unterstreiten, ob das jetzt eine, ich weiß nicht, was technische Anschlussgebühr ist oder ob das letztendlich eine monatliche Haushaltsabgabe ist oder I don't know, am Ende des Tages, wenn wir es schaffen, diese quasi ganz normale Entwicklung in die richtige Richtung zu steuern, dann werden wir sehen, dass die Haushalte wahrscheinlich weiterhin noch bereit sind, mehr Geld auszugeben, wenn sie entsprechend was Vernünftiges geliefert dafür bekommen. Gut, das war doch schon fast einem Kommunikationschef von Sky sehr würdiges Schlusswort, aber da sind wir jetzt bald oder in zwei Minuten. Nochmal die letzte Chance für Sie, an die Quoten behaftete Elefantenrunde eine Frage zu stellen, zu welchem Thema auch immer. Ja, ich glaube, wir haben auch ein Mikrofon, zumindest hier oben, wenn wir hier unten keins haben. Ich glaube, das kriege ich jetzt. Ja. Mein Name ist Michael Hübner, ich bin Herr Kommission, der Geschäftsmanager, arbeite gleich das Gleiche, ich habe ja in Deutschland gearbeitet. Ich habe aber auch im Bereich exekstiert gesucht, das hat hier gearbeitet und das ist der Red Bull, ich glaube, der ist jetzt mein Bereich. Und zwar ist ja das Geschäftsmodell, das ist, glaube ich, das wichtigste Wort auf den Medientagen hier gewesen oder das am meisten benutzte Wort, war immer Geschäftsmodell. Und das setzt sich ja zusammen im Prinzip aus Content und Technik. Die Technik haben wir beantwortet. Herr Winter hat gesagt, dass die Leute bezahlen, davon bin ich für guten Content, davon bin ich auch hundertprozentig überzeugt. Und jetzt ist aber meine Frage, woher kommt der gute Content? Darüber haben Sie auch am Anfang nicht ausführlich genug, finde ich, gesprochen. Wo ist praktisch die Vision? Harald Schmidt ist sicherlich sehr guter Content, Fußball ist sehr guter Content, aber was werden wir noch mehr machen? Sie können ja nur verkaufen, wenn die Leute das Produkt haben möchten und nicht, weil die Leute es zu einer bestimmten Zeit sehen können, kaufen sie es, sondern weil sie das Produkt sehen können. Und jetzt ist meine Frage, welchen Stellenwert wird da zum Beispiel in der Zukunft Nischen, wenn Nischenthemen, Nischencontent spielen und da als Hintergrund Corporate Content, Business TV, sowas in der Art, Nachhaltigkeitscontent, Dokus über, weiß ich nicht, Megacities of Discovery oder was auch immer. Also, welche Visionen gibt es in Bezug auf Content? Katharina, willst du das machen? Also, ich kann das für unser Haus beantworten. Für uns ist wichtig, dass wir ganz klar positionierte Sender haben und wir suchen uns natürlich speziell Inhalte, also Serien, die für den deutschen Markt interessant sind. Und zwar, wir haben ja einen Studiehintergrund von Universal, aber auch von anderen Studios. Und wir überlegen uns, was will jemand, ein deutscher Zuschauer, was ist für den interessant? Und also, es müssen natürlich hochwertige Serien sein. Wir haben zum Beispiel True Blood für Sci-Fi für den deutschen Markt entdeckt. Das heißt, und es wird immer wichtiger, sozusagen, sehr früh diese Serien zu identifizieren, weil der Wettbewerb wird härter. Und wir müssen auch unsere Wettbewerbsvorteile natürlich behalten. Aber da sich ja jetzt schon die Spreu vom Weizen trennt, glaube ich, dass diese Qualitätsdebatte noch extremer wird. Also, der Zuschauer wird auch immer anspruchsvoller, und das ist gut so. Es wird aber weiterhin zum Beispiel, unsere erfolgreichste Serie auf 13th Street ist Navy CIS. Wer sie kennt, der liebt sie, unglaublich erfolgreich. Die wird es noch Jahre geben, die entwickelt sich immer weiter. Also, das sind Inhalte in der Qualität, die kann man hier in Deutschland nicht produzieren. Und wir gucken natürlich, dass sie dann auch zu den Marken passen. Also, jetzt in dem Fall ist es natürlich Crime. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ganz früh diese hochqualitativ produzierten Serien aus USA hier für den deutschen Markt entdecken und auch sichern. Und da wird der Wettbewerb auch härter, und das heißt vielleicht auch was für die Lizenzpreise. Also, da müssen wir uns drauf einstellen. Man kann aber auch ganz klar sagen, dass der lokale Markt in Deutschland eigentlich vorne, nicht nur evolutionären, sondern vielleicht sogar einer revolutionären Entwicklung steht, was das Entwickeln von neuem Content angeht. Denn Sie haben völlig recht, am Ende des Tages die Technik hinten ist on demand her. Es geht um Content, Punkt. Und die Lokalisierung, das ist auch keine neue Erkenntnis. Die gilt hier. Und nochmal, wenn ein Flaggschiff wie Sky funktioniert, dann wird automatisch mehr Geld und mehr Budget frei dafür, um das in Inhalte zu investieren. Denn darum geht es ja im Endeffekt die ganze Zeit. Und je mehr, ich habe praktisch gesprochen, Sie können unseren Quartalszahlen ablesen, was da passiert. Und wenn wir von der Erzählweise zum Beispiel sprechen, dann schließe ich auch. Deutsche Serien sind extrem auf diese Folge zu Folge abgeschlossene Mentalität. Die amerikanischen HBO-Erfolgsherden funktionieren ganz andersrum. Wir stellen fest, komischerweise, unsere Abonnenten finden das auch toll. Haben wir momentan Erzählweisen in deutschen Serien, die das berücksichtigen? Nein. Warum? Weil es ein Free-TV nicht in Auftrag gibt. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sky vielleicht mal einen Auftrag geben wird, höher als Null? Ja. Was ich aber nicht will, ist zu sagen, wir fangen morgen früh an, weil dann rufen wieder zehn an, fünf Minuten später und sagen, kann ich. Also man will keinen Markt frustrieren, aber man will auch nicht sagen, das ist alles Quatsch und das wird nicht passieren. Das Spannende ist ja gerade, dass gerade jetzt im Fernsehen, also getrieben natürlich aus den USA, aber das kommt ja hierher, auch diese Innovationen kommen im Moment im Grunde nicht aus der Kinoproduktion, sondern aus der Fernsehproduktion. Das ist natürlich auch toll für uns Sender. Also Serien, die es jetzt gibt, auch in der Erzählweise, die hat es ja vor fünf Jahren noch gar nicht gegeben. Also insofern bin ich mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Gut, vielen Dank. Wenn es am schönsten wird, muss man aufhören. Das ist jetzt soweit. Wir machen eine ganz kurze Schlussrunde, Sekundenrunde. Ich will eigentlich von jedem von euch nur in einem Satz wissen, wirklich nur einen Satz. Was ist das Erfolgsrezept von Pay-TV in Deutschland? Katharina? Klar positionierte Marken und exklusive hochwertige Inhalte. Okay. Manuel? Super Qualität, Content, Bild und User Experience. Wenn du heute Abend ein Sky-Abo gekauft hast, hängt vom Reißer. Nahtlose Distribution in alle Kanäle und natürlich weiterhin viel Druck auf der Innovationspipeline. Qualitative Inhalte. Gut, vielen Dank. Noch mal einen Applaus von uns an Sie, weil Sie so lange dabei waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Wah-NahôCS